8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! So, jetzt geht's los! Jetzt geht's darum, wie wir vom Start weg kommen, die Gelben führen jetzt schon vorne, die sind so 100, 150 Meter weg, die ersten Blauen dicht dahinter. Liebe Vikings, viel Erfolg mit euren Zeiten, eure Cut-of-Times, 3 Stunden bei den Jungs, 3, 15 bei den Mädels. So, jetzt geht's los! So, jetzt geht's los!